hallo und willkommen zurück zum zweiten teil von elevator to the moon und wir legen gleich los im ersten teil haben wir es immerhin schon über die wolken geschafft im zweiten teil kommen jetzt access granted please make your selection from the screen episode 2 the test please prepare to enjoy this elevating experience episode 2 you not only successfully assemble a space elevator hidden under the pentagon you and the president stole it until the elevator came to a grinding halt weiter oder wieder keine ahnung the chief artificial intelligence officer of planet earth has put the brakes on your escape das war also der typ aus dem letzten teil genau der da der hat uns angehalten in me as a chief artificial intelligence officer of planet earth i video deem you unworthy that you could get away with something like this from behind my back i have no back as an ai i am deeply embedded in the global network i am everywhere as soon as you activate anything linked to our network from anywhere in the globe it's like a pin pricking a nerve and this pin is is especially sharp you and the president have stolen this elevator and in time you will be oh god we both know who that is come on pick it up let's see if he's ready to talk in a calm and reasonable manner incoming call the press this is unacceptable you can't get away with this but they're turning his voice i can tell you he's going to get all swearing again no matter actually they'd swear to him i should've done you stupid i hate you stupid i'm a b**** i'm gonna b**** kill you i'm gonna love it so much i'm gonna b**** so h*** that b**** tea for your b**** and your b**** and i'm gonna shove those circuits into your b**** they have to hang up now Rockmire is in no condition to be reasonable you on the other hand any fool can tell this elevator is not ready you are not ready Rockmire wants his approval rating to skyrocket it'll nose dive when you and this elevator fail regrettably it's too late to turn back now the public are aware we need to try and see this disaster through to its conclusion which is why i'm proposing a test turn your attention to the monitor behind you i've taken control of this ill-fated elevator will not move one inch till you answer a series of simple questions child's play for any astronaut qualified for this mission so prove you are worthy it's time to play who wants to be a space elevator pilot slash repairman haha question woohoo who wants me the elevator has a catastrophic filter that protects the pilot from a omoglossine radiation b redo litharine rays c betosopathic neurogen d cryptosopathic pulses a b or c i have no idea i think that's you can't even know what you mean a b or c write me in the comments i say a 0 of 157 oh my god oh my god stop whatever you're doing i'm getting a sudden reading of a large unmanned craft about to enter our current airspace brace yourself for potential impact a space oh brain unit u e u 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 Stecken wir es wieder rein. Oxylogonic Wiring. D. Digitrinotic Straws. Correct, but something tells me it was a lucky guess. The moon's gravity affects diostaticism by A. 45.34% B. 11.65% C. 85.28% D. 55.11% Was? Diostaticium? Hä? A? RESTART Toll. The distance to the rock docking station is? A. 184.400 km in L.A. What is the main objective of this mission? A. Distribute a satellite blocking network. B. To establish a railway for a ammo mining operation. C. Test the structural integrity. My brain is too powerful for you. Which of these computing power compromised? What movie plays on the moon? B. The birds. Moon. A. A. What is a velocity raptor? A. 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 A panclam. A tank. C. Dinosaur. Was ist ein Velociraptor? Einmal C, ein Dinosaur. Wann kommt der Mond raus? Nachts wohl. Wozu ist das Periodensystem gut? Kung Fu, Award Ceremonies, Chemie oder Musical Tales? Ja, Chemie wohl. Perfekt, wuhu! Rock, Paper, Scissors. What beats Scissors? A, Banana. B, Wonderpants. C, Chem. D, Rock. Rock. Ah, so schön. Rock. Perfekt. Okay, so, where are we now? A, the moment you know, you know, you know? B, in an Elevator. C, in a simulation. D, in the shite. In the shite. In an Elevator. Habe ich die Million gewonnen? Wuhu, Contetti. Wuhu! Wuhu! Oh, ist das Ding langsam. Reinsert Brain Units. Masamada. Certificate of Completion Space Elevator Pilot Repair Person. Also, Hirn wieder rein. Curious. My brain units have been exposed. You need to weld on the protective plate before we can proceed. Weld on the protective plate. Before we proceed. Ähm. Ja, das dachte ich mir jetzt grad. Ähm. Wo haben wir denn? Da haben wir. Weld me. Weld me. Oh. Außerdem. There's a breach in a ceiling from a space shuttle encounter. See if you can spot it. I found the breach. I'll try and close it now. I'll attempt to close the breach in a ceiling. H uma Burra. Errrh! Err. It's no good. Alright, let's get moving. Ouh. Project Lasso Professor Vidal Prisoner, CIO Prisoner Access Level B Access Granted Access Granted Vidal heißt er Ah, Vidal Flick Geyser What's going on? The elevator's motor controls is being remotely encrypted Ha! Look who's back Ja, it's me I bet you wondering how I can speak to you all the radio again, huh? No No It's because you've hired someone to hack the elevator Isn't that the reason, Douglas? Huh? Who told you that? No one told me that Ja, was du? Wir? Wir sind nerds. Wir machen deine nerdy Dinge. Ich werde mich ein Sandwich wie ein realer Mann machen. Du hörst das? Du musst ihn nicht verhören. Wir haben hier irgendwelche Akten gefunden. Und mein Krempel ist rausgeflogen, weil ich da den Knopf gedrückt habe. Da oben drin ist nix. Wir sollen das von... Bündel Geld. Nützt uns wohl nix. Irgendwie... Ne Zigarre. Brauchen wir auch nicht. Posh Planet News. Earth saved. Rockmeier, our hero. First time astronaut Doug Slater Rockmeier singlehandedly splits the deadly earthbound asteroid into making history while triumphantly saving the planet. Sehr schön. Hoppala. Das war's nicht. Hier ist auch nix. Wir suchen das Dingens. Access denied. Access denied. Da ist jetzt auch... Ah! Wir haben erstens noch nen Tape. GTFP Submarine. Das spielen wir doch mal ab. Submarine in the ocean. Are you feeling my emotion? Under the sea, under the sea, under the sea. Up and down baby from the sea I saw. Naja. Und was haben wir hier? Naja. Und was haben wir hier? Aber wir haben hier das Dingens. The story. Und tschüss. Jetzt ist es unser turn. Um. Activate Megadeth Non-Lethal Ray. Megadeth Non-Lethal Ray. Um. Das war eigentlich ein Request. Nicht eine aktuelle Activation. Da ist ein Laser Button. Das ist nun auf der Secondary Controls Panel. Das ist der Button, wo die Lichter ist. Press es. Das war die Welt's most powerful Artificial Intelligence. Ich habe effortlessly narrowed down die Gruppe's Transmission Sources in vier Locationen. Du musst eliminieren alle vier dieser Transmission Sources. Nur dann können wir gehen. Du kannst jeder Location sehen, den Button unter dem Monitor. Press den A-Button jetzt um die erste Location zu sehen. Was? Buh? 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 忘 rede bookstore dir Bier her. Buh? 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 Ähm... Weg... Ich hätte mal... gesagt... Wir schießen doch da... Auf das da! Auf die Tafel... Vote Rock! Da sind wir schon drauf, wunderbar! Also... Feuer! Ja! Ist das falsch? Oder... Ja! 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 Dann... Waren also nicht die richtigen Ziele... Wir schließen also mal auf die Antenne... Ich hoffe das passt... Oh da hätten wir unten drauf schießen sollen... Gut! Die Strecke des Encryption-Signals ist verweigend... Passt! Und dann werde ich die andere Tafel wegnehmen... Hier haben wir eine Antenne... 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 Ähm... Ähm... Ich sehe nichts... Was ist das für ein Ding... Hä? Wo... Ist... Die Antenne... Ich... Ich... Hab... Keine Ahnung... Ich... Schieße einfach mal... Auf die Tafel... Das ist nicht das richtige Tafel... Nicht... Blöd... Ja... Was ist denn das richtige Tafel? Doch das Ding ist da unten... Ich weiß nicht... Was ist das Ding? Wir schießen einfach mal alles kaputt... Wir schießen einfach mal alles kaputt... You aren't at the fair... There are no prizes here... Just shoot the target... So we can get moving again... Ich weiß nicht... Was das Target ist... Vielleicht das Hühnchen da oben... Stop wasting laser shots... I'm rerouting all of the power... From a city... Nobody else cares about... Just so we can power this bloody thing... Hurry up! Hier steht auch nix... Ich weiß nicht auf was ich schießen muss... Ich hab keine Ahnung... Ich seh nix... Ich seh da keine Antenne oder irgendwas... Hä? Hintz... So... Ja... Das nützt mich... Secret Folder... Das hab ich ja schon... Angeguckt... Drei... Zwei... Ach das Auto da... Hä? Wie soll ich denn da drauf kommen? What the... Ach so... Das da... Jetzt hab ich's kapiert... Äh... Dann haben wir hier... Ähm... Haben wir da irgendwo ein Bild von... Auf... Ist das... Das hier... Ne... Irgendwie nicht... Das hatten wir schon... Das war am Strand... Das fragen wir nicht... Red Phone Boost... Red Herrings... Ah... Red Phone Boost... Da haben wir doch eine... Ähm... Blub... Hier hier... Ähm... Machen wir erst noch... Das Schild kaputt... Wie bei den anderen auch schon... Bäm... Wauw... Wauw... Look at you... You actually went and shot down... All of the Rockmire signs... You're probably expecting an easter egg... For this... Let me lay one for you right now... Cock... A bloody... Doodle... Doo... Ah... Schönes easter egg... Ähm... Red Herring... Red Herring... Ne... Baustelle... Da... Das da... Vielleicht... Ich seh... Sonst... Nichts... Da ist das Loch von der Baustelle... Ehm... It's a cover up... Literally... The dirt is covering something up... Also... Denne ich mal an... Dass das da... Unter dem Dreckhaufen liegt... Und... Dann schießen wir doch mal... Auf den Haufen... No... Oh, it's you, Norman. Fitting to see you wallowing in a hole in the dirt. You are mistaken yet again, Vader, this is no single hole in the dirt! It is my Kavern of Dignity! Now, now, Norman. Your plan has once again failed miserably. Do us both a favor and save us some time by dying with some honor while I destroy the latest version of your sad server infrastructure. No, Vida. The movement of Norman cannot be silenced. I have amassed an army of human followers. They are fleshy but reliable. We have entered your caverns under the Pentagon. We know the failures of Project Lasso. Here you kill one instance of Norman, but Norman cannot be silenced. You fight only for yourself. Oh, God. Just put him out of this pathetic misery. Shoot him. Blah, blah, blah. Cheers. Oh, I'm glad that unpleasant mess is over with. Now, press the button and we can continue. The go button. Now, the next part of the mission is very important. We're approaching the rock. The asteroid that could have wiped all life out on planet Earth. It was stopped, thanks to Project Lassoe. Once inside the now dormant asteroid, we will begin the docking proceeds. Wait, what was this strange sound from the motor? No matter. No. Before I was rudely interrupted. As I was saying, once we're inside the now dormant... Um... Hey, dum-dums. I'm back. Hey, wait. What's going on, Indeer? No. Ah! No! What have you done? You broke it! Ha ha. To be continued. Welcome to the elevator to the moon exhibit. Oh, welcome. Please make your selection. Das war also Teil 2 von Elevator to the Moon. Wir sind wieder ein Stück weiter gekommen. Aber unser Fahrstuhl hat ein technisches Problem. Der Motor ist rausgefallen und brennt jetzt. Tja, ich denke mal, im dritten Teil werden wir das Ding irgendwie löschen und reparieren müssen. Schauen wir mal, wie das geht. Ich hoffe, ihr seid beim dritten Teil auch wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like, schreibt in die Comments und subscribe mein Channel. Bis dann, euer Mello.